Hallo, Herr Freunde, herzlich willkommen, Valamort Goolist zu einem neuen Part Pokémon Blattgrün in randomisierter Form. Here we go! So, Freunde, wir stecken mitten im Rivalenfight, wie ihr seht. Er hat quasi just in diesem Moment begonnen. Das ist die Fortführung des Rivalenfights aus dem letzten Part. Da habe ich den selbigen Fight schon verloren. Dann war heilen, blablabla, komme wieder zur Nuggetbrücke und siehe da, der Rivale greift mich wieder an. Freunde, ich habe keinen Plan, warum das so ist. Kann ich euch nicht sagen. Wo habe ich den hier? Auf jeden Fall engaged er mich nochmal. Das ist mir jetzt neu. Ja, das ist mir neu. Denn normalerweise ist der ja eigentlich dann weg aus dem Spiel. Aber ich bin jetzt doch, ich bin jetzt nicht böse darum, sage ich mal so. Denn, pass auf, diesmal machen wir das mal anders. Du blödes Sau. Denn, äh, es sind natürlich nochmal freie XP für mich, ne? Da sage ich erstmal nicht nein. So, pass auf, der ist jetzt erstmal gesenkt. Und hier werden wir uns mal eben, ich werde das mal kurz tauschen. Und jetzt werde ich nur noch mit Tackle arbeiten. Denn ich habe mir ja letzte... Wow. Jetzt geht der schon wieder super los. Genau, stirbt direkt. Ach, eine Scheiße ist das hier. Oh, ich stehe ja schon wieder tot, ey. Weil ich auch das blöde Drago ran vorne hatte. Aber klar, ich wusste ja nicht, dass der Dödel mich nochmal angreift. Ja, was soll das denn, ey? Ah, hier, das sieht doch schon besser aus. Beiß ihn, tu. Beiß diesen verdammten Fisch. Schnapp ihn dir zum Mittag. Komm. Krap. So. Es gibt Goldfisch. Geschmort. Okay. Siehst du, die ganzen XP hier, die nehme ich ja gerne mit. Ja, Scherox. So. Jetzt, ähm, haben wir den Salat. Ne? Hammer, die Salat, Freunde. Wir haben eigentlich ein verkacktes Scherox eigentlich. Nix. Nix. Ich behalte den einfach. Ich kann dir eh nix machen. Hm. Unlicht. Ne. Alles ist alles ne. Alles ne, was ich hier habe. Alles ne. Aquaknarre ist auch ne. Oder? Ist das mehr ne? Weniger ne. Oh, ist weniger ne. Okay, dann nehmen wir Aquaknarre durch. Okay. Zum Schluss, Freunde. Hat er noch einen Brutalander. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ist auch eine Kleinigkeit. Aber vielleicht läuft der tatsächlich besser. Okay. Das Gute ist, ich habe diesmal einen super Trank. Ich kann jetzt nicht schon wieder alle Tränke verballern. Ich habe im letzten Part gegen den Dödel hier alle meine Tränke verknallt. Null Gold. Habe jetzt alles verkauft, was ich hatte. Und mir neue Tränke geholt. Die kann ich jetzt nicht wieder alle verbraten. Ninjas. Da ist das Vieh, Alter. Das Vieh. Was soll ich dagegen machen? Ja. Da bräuchte ich eigentlich Pettibull für. Für den Charme und Dings. Ich versuche es direkt einzuschläfern. Bevor es 8000 Initiative aufbaut. It's over 9000. Warte auf. Vielleicht ist das ja auch gegen Psycho anfällig. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist. Zack. Initiative. Es geht ja schon wieder fantastisch los. Härtner Initiative. Okay. Penn. Schlaf, schlaf, schlaf. Gut. Wie funktioniert das hier? Oh. Da haben wir es doch. Weil es nämlich ein Käfer ist. Otto, du blöder Trottel. Und ich beiß das Vieh kaputt. Warum habe ich nicht einfach mal Konfusionen gemacht? Es kann so einfach sein. Oh. Koko weiß schon wieder der MVP. Ich gehe am Stock, ey. Und Brutalander. Und wir haben noch alle Pokémon. Ich habe nicht einen Trang verbraucht. Also eine Attacke kann das ganze Geschehen des Schicksals ändern, Freunde. Da haben wir den Salat, ey. Pass auf, wenn ich den... Ja, perfekto. Konfusion bringt ja wahrscheinlich nicht so viel oder was. Okay, dann will ich mal ganz vorsichtig noch mal kurz den Drago rein ins Feld werfen. Wacht auf. Scheiße. Beißt mich. Okay. Meinst du, wir kriegen hier eine Welle unter? Ich will nicht sterben. Ich will die XP. Aber ich versuch's mal. Ich bin so blöd. Na gut. Okay. Ich bin doof. Ich bin dumm. Guck vorbei. Bitte macht es. Ich bin dumm. Oh, oh. Oh, oh, der hat Biss. Oh, scheiße. Oh, Otto. Was hast du gemacht? Was habe ich nur getan? Ich dummer Trottel. Was habe ich getan? Nur weil ich... Oh, ich so gierig war. Ich so gierig war. Oh. Nur weil ich so gierig war. Oh Gott, Biss bringt ein Scheißdreck. Hör doch auf. Ich glaub es nicht. Ich verliere das. Ich glaub's nicht. Ich verliere das. Warum war ich so gierig? Diese Scheiß Donnerwelle unterzubringen. Ich schaff's nicht. Ich glaub's nicht. Oh, ich werd weg. Ich probier's mal mit einem Pott. Äh. Bö, 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 bö. Ein Pott. An Karsinga. Oh, wir leben noch. Oh, wir leben nicht mehr. Ja, mhm. Pettibull. Wenn du kannst, braucht er mal ne Grimasse. Kann er nicht. Okay. Karsinga. Ich... Oh. Oh Gott, das bringt einen Scheiß. Verdammt nochmal. Okay, wir könnten das schaffen. Ich glaub, wir könnten das schaffen. Komm schon. Mach nichts. Bitte kein Zurückschrecken. Kein Crit. Oh, ist ja direkt zwei Mal dran. Das ist so... Erschreckt zurück. Nein. Nein. Oh, das... Sorry, Freunde. Das ist doch nicht die Möglichkeit, Alter. Jetzt... Das war's. Das krieg ich schon nicht mehr hoherhält. Oh, warte. Zweimal einfach zurückschrecken. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich krieg ihn nicht. Oh. 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 Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und Polo-Preisgeteil. Ich werd' bescheuert, ey. Das... Ich werd' bescheuert. Das gibt es nicht. Kopf nicht klar, Alter. Fuck you. Nein. Verdammte Scheiße. Das ist nicht der Wahnsinn, ey. Äh. Okay. Und nochmal. Kommt der jetzt nochmal, oder was? Warum hab ich den jetzt nicht einfach verloren? Ich will nicht nochmal gegen den kämpfen. Das gibt's ja nicht. Aber kommt der jetzt so oft, bis ich den... Wie oft muss ich jetzt gegen den verlieren? Aber diesmal schaff ich's. Diesmal schaff ich's, Freunde. Ich schaff's jetzt diesmal. Ich hab jetzt direkt... Karsing da vorne... Kein blödes Rummi-Tausche. Ich mach den jetzt direkt fertig. Blödes Viech. Beißte den. Komm, den kriegst du jetzt zum Mittag, ja? Superschall daneben. Okay. Komm, bitte. Mach's einfach, ja. Okay. Nummer 1. Check. 22. Ja, irgendwie XP sind immer da. Immer da. Xerox. Den hatte ich da... Auch ihn, ne? Richtig? Oder? Ja, ja, ja. Genau. Aquaknarre. Aquaknarre. Okay. Ich scheiß jetzt hier auf XP-Verteilung. Ich will den Dürrl einfach nur noch töten. Und wir trainieren an der Nugget-Brücke. So. Es kann so einfach sein. Wer kommt? Bruder Lander schon? Äh. Ne. Ne. Ach, Ninjask. Ah, nein. Ich bin so blöd. Ich bin so doof. Ich darf... Ich muss doch... Ich muss doch lesen. Ich muss doch lesen. Hertner, das ist gut. Ja, komm. Ich mach direkt einfach zwei Konfusionen. Da bringt er den Hertner auch einen Scheiß. Und ich spare eine Runde. Oh, 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 oh. Ja. Töte dich. Ja, töte dich. Ja. Ja. Oh. Okay. Brutal Lander. Ich versuche den einmal einzuschläfern vielleicht. Äh. Ja, 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 ja. Der ist so scheiße sch... Scheißen schnell. Pass auf, diesmal aber habe ich Patinio und werde den, äh, entschnellen. Am besten doppelt. So. Initiative sinkt. Zack, direkt nochmal dran. Boom. Initiative sinkt. Jetzt habe ich dich. Jetzt charm ich dich noch. Angriff sinkt stark. Und der hat nur Angriff... Oh. Attacken. Ist egal. Stirb ruhig. Das passt. Lebt sogar noch. Hoho. Hohoho. So. Jetzt möchte ich ihn noch töten. Äh. Fangen wir doch mal mit... Oh, der hat halt nix. Okay, alle ja. Fangen wir doch mal mit Piotr-Tan an. Okay, so. Das bringt jetzt nämlich alles einen Scheißdreck für dich. Du blöder Lappen, ey. Du bist langsam. Du bist nicht mehr stark. Stark genug. Stark genug. Immer noch. Weißen wir uns hier gegenseitig in den Nacken, ey. Gut, dann kommst du. Oh. Ein Tackle untergebracht. Das gibt's jetzt. Sieht schon wieder nicht gut aus, ne? Pass auf. Ich nehme mal Dragoran, weil der Windhose kann. Oh, Donnerwelle. Moment. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, mit geballter Power, Freunde. Sechs Pokémon waren nur nötig, um das Vieh zu töten. Ho, ho. Und 840 XP für Dragoran. Hu. Alter Verwalter. Bäm, zwei Level. Oh. Okay. Typ war ja ein Klacks, ey. Für 300? 300 Kohlen hat er mir jetzt gegeben. Ich hab für dich, keine Ahnung, 1000, über 2000 Gold ausgegeben. Und ich krieg glatte 300 zurück. Das ist ja... Was denn jetzt noch? Ah, oh ja, genau. Du tust mir leid. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das... Was? Rum ist da Teil? Ein rätseliges Plapper-Moll wie du, das wie für dich geschaffen. Ich brauch jetzt nicht, du wirst nicht um meine... Was? Da ich mich nicht um die anderen Schere in Ordnung. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Aha. Was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Ein Gerät, das die Infos über wichtige Personen ins Gedächtnis ruft. Herr Eichel. Sarah? Was ist Sarah? Sarah? Hä? Wie viel... Was soll das hier sein? Bill. Was macht diese Person? Bill ist wett... Wieso ist jetzt Bill bei der Huche? Hä? Check ich nicht. Wer ist denn Sarah? Okay. Scheiß drauf. Freunde, egal. Gerade fällt mir glühend heiß ein, dass... Äh... Ja. An der Nugget-Brücke am Ende... Wir einen Nugget kriegen. Weshalb sie so heißt. Und diese 5000 könnten wir sehr, sehr gut gebrauchen. Oh Gott. Ich habe ja nur drei Kämpfe gegen den Typen gebraucht, ey. Junge, Junge, Junge. Okay. Dann da zurück zum Plan. Lass uns doch mal die Nugget-Brücke machen. Oder kommt der jetzt wieder die Hure vielleicht? Muss ich jetzt ein ganzes Spiel über gegen die Hure kämpfen? Nein! Was? Wo sind sie? Ah, hier. Stehen ziemlich weit oben. Ich dachte, gibt es nichts mehr. Gut. Nugget-Brücke. Fünf Trainer. Jawohl. Alles klar. Feuer Fry. Vier Poke-Männer. All right. Dragoran. Kriegst du den hin? Level 10? Was sagst du? Wollen wir das mal angehen zusammen? Oh! Hallo! Ja, 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 ja. Das sieht doch gut aus. Bats! 150. Was? Ich habe zu... Ich bin an der falschen Stelle gespeedet, Freunde. Dummesel. Einigler. Und... Wrt! Kraserei. Windhose. Ich weiß nicht, ob wir kurz gucken, was für eine Stärke das überhaupt ist. Kein Plan. Das ist nur Billy Cut. Äh, ja. Wachen wir doch mal weiter. Mit Rang Ring. Wobei ich meine Hauptviecher auch noch auf 20 will, auf jeden Fall. Äh, ja. Windhose. Was bleibt mir anders übrig, oder? Kratzer. Zack. Ich frage mich immer bei Pokémon, die schon vollentwickelt gefangen wurden, wie Dragoran, ob der trotzdem noch alle bisherigen Attacken lernt. Und... Maske Regen? Wow. Irre. Das war... Achso, nee, nee. Den meine ich gar nicht. Ähm, ja. Jedenfalls, ob der noch alle bisherigen Attacken lernt von Drago... Äh, von Dratini und Dragoneer? Oder nicht? Weil sonst wäre das halt echt scheiße, aber... Ich werde mal gucken. Okay, das lief doch ganz gut, ja, mit Dragoran. Was? Ja, sehr gut, my friend. Sauber. Auf dem Weg zum Geld. Ich brauche unbedingt dieses Geld. Diese 5K. Ähm. Ähm. Ja. Dracheflug. Ja, geil. Verhindert zurückschrecken. Aha. Angriff. 40. Ist auch nicht so stark, ne? Ja, okay. Wissen wir es zumindest mal. Gut. Nummer 2. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Moorlord. Wärst du Boden, ne? Ist egal. Ich habe eh nur Windhose. Stört mich nicht. Aquaknarre. Windhose. Windhose. Hutenschlag. Windhose. Boom. Gut. 300. Woh. Ich habe schon wieder nicht geguckt, was kommt. Lepimentas. Lephumentas. Den fand ich auch mal richtig geil. Das war mal eins meiner Lieblings-Pokémon. Psystrahl. Das stört mich nicht. Ich habe nur Drache und Eis. Obwohl, gibt es ja schon Fee? Ne, gibt es nicht. Das hatte ich, glaube ich, schon mal mit mir selbst. Die Konversation. Sonst wäre, glaube ich, mein Pettybull Fee. Ich glaube, das Fee ist fähig. Ja. Boom, Level 15. Nice. Boom, Fast Level 16. Hytera. Uh. Okay, dann lassen wir mal ihn drin. Nur. Ach gut, komm, die zwei können wir auch noch machen. Die zwei Attacken hier. Oh. Oh, scheiß bitte. Gar nichts. Ne, komm, dann wechsel mal lieber. Dann lasst uns jetzt den Rest auf 20 bringen hier. Wer fehlt denn noch? Psystrahl zum Beispiel. Alter, der braucht eine neue Attacke, ne? Das wird... Psystrahl wird immer unwichtiger langsam. Ich habe nur Biss. Oh, das bringt alles um den Scheiß gegen 3000 HP, ey. Okay. Okay, ich ziehe das jetzt hier durch mit Speed, Freunde. Sonst dauert das hier einfach viel zu lange. Das Fee macht mir keinen Schaden. Das heilt sich. Das ist doch bescheuert. Mit Weichei. Okay, was soll das denn? Noch eine Möglichkeit? Ich kann es einschläfern. Junge, Junge, Junge. Ist das bescheuert mit Weichei? Ja. Schlaf. Vielleicht bringt Konfusion ja was. Oh, nicht so schlecht. Ziehen wir das mal durch. Aufgewacht. Nein. Oh, Alter, ey. Ist das nervig. Reingeschlafen. Zieh durch. Zieh durch. Oh. Ei. Nicht Weichei. Nein. Das gibt's nicht. Wie viel Weichei hat das denn? Wie viele AP gibt's von Weichei? Ja. Das gibt's ja unglaublich, ey. Das ist ja unfassbar, ey. Äh. Brrr. Gut. Meine Güte, ey. Achso, stopp. Ja, ich muss mal ganz kurz heilengehen. Damit ich weiter mit Dragorin kämpfen kann. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Miu. 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 Oh. Ups. Sorry. Ich wollte gar nicht in dein Haus eindringen. So, Nummer drei. Menki. Ja, da könnte ich gut mit Kokobai arbeiten. Aber wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Lieber Dragorin. Bap. Level 16. Lernen doch was Schönes. Lernen doch mal was. Ne. Osaring. Böp. Wow, wow, wow. Windhose. Böp. Sehr gut. Hau ihn weg, mein Freund. Yes. Der geht bestimmt gut XP. Also, vollentwickelter Teddybär. Jawohl. Ja, super. Ja, super. Okay. Den noch. Da müssen wir völlig schön wieder heilengehen. Ja, 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 ja. Komm. Windhose. Ja. Ja, den kriegen wir noch, oder? Und vergiftet. Oh, wow, wow. Der stirbt aber noch. Und die XP nehmen wir noch mit. Ja, ich werde wohl wechseln. Hm. Piotatat. Ich brauche mal auf 20. Oh, mit dem verkackten Biss, ey. Nein. Nein. Horn-Attacke. Wann entwickelt sich eigentlich Puppi, äh, äh, Levita? Ach, gute Frage. Na gut, das ist scheiß. Wo ist es viel? Bestimmt 25 oder 20 vielleicht? Vielleicht 20? Bats. Juna. Okay, haben wir. Dann leider nochmal heilen. Drago ranstürbt. Ja, 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 ja. Macht nix. Zack. Bam, 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 bam. Danke. Geil, ne? Wie schnell das geht. Nio. Gut. Oh, da einem steht gar kein Rocket. Nidoqueen. Aha. Steht gar kein Rocket da oben. Routenschlag. Oh, komm. Das zieht mal mit Speed durch. Süp. 750. Jawohl. Nice. Jawohl. Nice. Okay. Und den letzten auch noch. Und dann her mit meinem Nugget. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle fünf Trainermusik. Großartig Preis. Ein Nugget. Mit jetzt dem Rocket. Ach, ist der Rocket? Ach, sorry. Er ist der Anwärter. Er ist ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Also ich sah nicht aus wie ein Rocket, ne? Wie ist er denn hier? Also ein... Ach, doch. Er ist ein Rocket. Ach, gucke. Mit zwei Pokémännern. Okay. Handaster. Soll ich sagen. Windhose, oder? Was sagt ihr? Die gute alte Hose, wa? Boah, es läuft mir die Nase, Freunde. Sorry. Bin leicht, leicht angekältet. Okay. Haben wir. Relaxo... Ja, lassen wir mal drin. Dann müssten wir Level 18 bekommen wohl. Mach mal eine Welle, oder? Lass mal eine Welle machen. Ich liebe Donnerwelle. Ist auch einer meiner Lieblingsattacken. So schön simpel und einfach und so effektiv. Herrlich. Die werde ich vermutlich auch bis zum Ende behalten. Nehme ich an. Siehste, zack, paralysiert. Ist ein Knaller. Oh, wow. Teckel haut rein. Okay. Amnesie. Oha. Ach, du Scheiße. Na gut, das müsste spezial sein, oder? Boah, da macht ja gar nichts mehr. Oh, nee. Komm, ey. Ach, du heiliger Automa. Puh, 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 puh. Piatata. Oje, oje, oje. Okay, das 4 hat eine Ultra-Spezial-Verteidigung. Die Frage ist, ist bis? Hab ich mich schon mal gefragt. Ach, du Scheiße. Ist das spezial? Oder physisch? Sieht aus, als ob es physisch ist. Äh, äh, spezial ist, weil es... Kennt der Mensch mehr? Oh. Kannst du ihn jetzt töten? Ja. Okay, das müssten zwei Level geben. Für Dragoran. Nein? Pia, 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 pia? Ja. Okay, 18. Puh, puh, puh. Sehr gut. Team Rocket Ripple. Gut. Ich hab mein Nugget. Geil. Das ist super. Äh, hier links steht der Typ, ja. Frage ist, ob der Mute-Sheet hier noch funktioniert, aber... Wahrscheinlich nicht. Ah, da müsste ich auch noch mehr für machen. Nee, komm, ich versuch's jetzt nicht. Kein Bock drauf. Ähm, okay, 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 okay. Gut. Dann, joa, nehmen wir den auch noch mit, wa? Da ich hier kein Mute-Sheet mache, können wir den auch einfach besiegen. Kein Problem. Und da oben kommen hier noch zig Trainer. Oh, das wird ein gutes Training, Freunde. Das wird tip-top. Da werden wir schön Level uns aneignen. Bats. Schreck zurück, ja. Hab ich das vorhin falsch gelesen? Windhose kann zurückschrecken? Hab ich gar nicht gesehen. Ist er ja grad, ne? Hammer. Suiku, na klar. Her damit, komm. Ich liebe Legendäre. Immer her zu mir, immer her damit. Windhose. Oh yeah. Schreck zurück. Tatsächlich. Oha. Das war mir gar nicht bewusst. Geile Attacke. Dregorin. Jetzt krieg ich den eher auf 20 als Piotr-Tar. Nur weil er eine effektive Attacke hat. Äh, okay. Jetzt haben wir ihn hier. Baller, Baller. Mhm. Anziehung. Das ist es doch. Anziehung. Nicht Charm. Freunde. Als ich gesagt hab bei, äh, Pettibull. Warum Charm nicht so funkiert, wie ich dachte. Es ist Anziehung. Angriff sich vielleicht unwahrscheinlich. So nämlich. Und ziemlich sicher kann das Pettibull lernen. Ja, es können sogar alle lernen. Okay. Pettibull lernt es ja sowieso. Ich wollte noch sehen, aber nee. Okay, geil. Gut zu wissen. Gut, Freunde. Passt auf. Ich ratter jetzt nochmal fix ins Center. Und der nimmt. Pupp, papp, 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 papp. Dann. Wollte ich hier mal kurz links, wo wir herkamen. Das auch noch durchnödeln. Denn dabei auch noch ein Trainer. Bevor wir oben. Och, Ninjas. Dieses Viech, Alter. Vielleicht sollte ich mir den mal genauer anschauen. Der hat mich ja sowas von geknödelt. Das ist halt so ein sneaky, sneaky Vieh, ne? Hier mit diesem Initiative-Scheiß. Das ist schon ein ziemlich geiles Vieh. Den werde ich mir mal eben aneignen. Den werde ich mir mal kurz bei Visa-Fans genauer anschauen. Aber ich stehe ja eigentlich auf so eine sneaky Viecher. So, Verteidigung hoch. Äh, Genauigkeit weg bei dir. Und dann hier, zack, ständig schneller werden. Das finde ich ziemlich geil. Lass uns den mal genauer anschauen. Ja, komm, halt raus. Sandwirbel kann auch schon. Temposchub bei jeder Attacke. Also bei jeder Runde. Ist ja der Knaller. Wie OP. Okay. Du bist dein Käfer, nehme ich mal an, ne? Steht das hier? Wieso kein... Wieso kein... Wieso... Wieso... Stand der Eintrag denn nicht? Ah. Ach, warte mal. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hoch. Moorlord. Hau ab. Wieso... Ich komme da gar nicht mehr hoch. Ach, was. Oh, nix. Hallo, my friend. Ich mache dich mal eben fertig. Dann bin ich Level 19, glaube ich. Ii. Nope. Okay, ich komme da gar nicht mehr hin jetzt. Ah. Okay, das ist natürlich blöd. Ja, okay. Na gut. Dann sei es drum. Hm. Dann den halt doch oben weiter, ne? Zup. Zup. Oder... Warte mal, lag hier nicht ein Ball? Nein, lag hier nicht. Okay. Zwirlicht. Level 7. Den hauen wir mal schnell weg. Jo. 19 nämlich. Lern was. Lern was. Zup. Zwirlicht. Ne, jetzt brauche ich ihn nochmal. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Okay. Gut, dann... geht's... hier weiter. Nächsten Part, Freunde. Wenn euch dieser gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oder Kommentar da. Wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut. Und voilà, du Heeres und bis bald.